Was ist der Zusammenhang zwischen Alkohol und Hypoglykämie? Es gibt erhebliche Beweise dafür, dass Alkohol und Hypoglykämie tatsächlich miteinander verbunden sind. Alkoholismus oder übermäßiger Alkoholkonsum führen nachweislich zu Hypoglykämie. Wenn der Körper all seine Anstrengungen darauf konzentriert, kürzlich konsumierten Alkohol abzubauen, wird er unfähig, eine angemessene Menge an Blutzucker oder Glucose zu produzieren. Hypoglykämie ist ganz einfach niedriger Blutzucker. Der essentielle Zucker, Glucose genannt, ist die primäre Energieform für den menschlichen Körper. Wenn die Glucoseübersorgung des Gehirns zu niedrig wird, können verschiedene Gehirnfunktionen beeinträchtigt werden. Dies ist als Neuroglykopämie bekannt. Der Zusammenhang zwischen Alkohol und Hypoglykämie ist direkt wirksam, obwohl der menschliche Körper sehr belastbar ist und gleichzeitig zahlreiche Aktivitäten ausführen kann, beeinträchtigt die Verarbeitung von Alkohol die Funktionsfähigkeit der Leber. Dies bedeutet, dass die Leber nicht in der Lage ist, so viel Glucose zu produzieren, wie sie sollte, was zu drastisch erhöhten Hypoglykämie-Wahrscheinlichkeiten führt. In den meisten Fällen führt Alkoholismus und nicht gemäßigter Alkoholkonsum zu niedrigen Blutzuckerwerten. Wenn man regelmäßig zu viel trinkt, ist die Leber nicht mehr in der Lage, die notwendige Glucoseproduktion zu erreichen. Dieses Verhalten kann zunächst zu einer kurzzeitigen oder vorübergehenden Hypoglykämie führen, die in der Regel keine dauerhaften Auswirkungen hat, obwohl sie die Reaktionen des Gehirns auf eine zusätzliche Hypoglykämie vorübergehend verändern kann. Nach vielen Jahren alkoholischen Verhaltens kann sich die Leber an dieses Verhalten gewöhnen und ihre Glucoseproduktion dauerhaft verändern. Alkohol und Hypoglykämie sind jedoch nicht untrennbar miteinander verbunden, da Hypoglykämie nicht jedes Mal auftritt, wenn Alkohol konsumiert wird. Kurze Perioden von Hypoglykämie treten typischerweise auf, wenn zu viel Alkohol auf leeren Magen getrunken wird. Diese anfänglichen vorübergehenden Lücken in einem niedrigen Blutzuckerspiegel können durch Essen oder Naschen vor einer Vergiftung eingedämmt oder verhindert werden. Es gibt andere vorbeugende Maßnahmen, um die Ursache und Wirkung von Alkohol und Hypoglykämie einzudämmen, wie ZB regelmäßiges Training. Eine sorgfältig zusammengestellte Diät ist auch ratsam. Das Essen einer großen Auswahl an Lebensmitteln, vor allem von Ballaststoffen, und raffinierte Kohlenhydrate, zu denen Weißmehl und Zucker in Donuts, Keksen und anderen Süßigkeiten gehören, ist wegzudenken. Wenn bei einer Person eine hypoglykämische Episode auftritt, werden verschiedene Symptome angezeigt. Wenn die Person in Gefahr ist, ohnmächtig zu werden, treten diese Indikatoren auf, intensiver Hunger, unerklärliches Schwitzen, Nervosität, Schläfrigkeit oder Benommenheit und Schwierigkeiten, zu sprechen oder motorische Fähigkeiten zu zeigen. Wenn eine kurze Hypoglykämie auftritt, muss man nur aufhören zu trinken, sich auszuhören und zu essen.